Er hat mich komplett überzeugt. Am Anfang war ich so, nja, aber jetzt. Real Talk zur Zukunft meiner Modellmarke. Erster Leak, Spectre. Here we go. Auf Gallery Department Angelernt. Bro, wo ist sie? Angelernt. Hose auf Gallery Department Angelernt. Zeig mir eine Hose von Department Gallery, die so auf... Boah, wie eskaliert. Aus sieht. Zeig mal bitte. Da wird eskaliert. Okay, ein, zwei Worte zu der Jeans von meiner Instagram-Story. Freunde, wichtige Aktion jetzt an der Stelle, beziehungsweise, ja nicht Aktion, Statement Alert an der Stelle. Also, ich habe heute auf Instagram, falls ihr mir auf Instagram nicht folgt, dann selbstverständlich folgen, meine Freunde. Eine Jeans auf einem Outfit-Pick. Die habe ich gesehen in seiner Bubble. Nicest Ding, absolut. Aber ich sehe mich in der jetzt nicht so drin, weil das für mich, ihr kennt es mich, einfach zu ausgefallen ist tatsächlich. Oder vielleicht, I don't know, maybe, I don't know. Ich finde das da unten cool, dass sich das mit dem hellen Muster nochmal wiederholt. Und ich kann mir vorstellen, dass die in der Produktion gar nicht so günstig ist. Hier, ihr seht's, der Kollege hier, ja? Hi. Peace. Und jetzt haben viele gefragt, ob das eine ADR-Pants ist. Ah, ich habe da noch irgendwie ein Bild rausgehauen. Bevor ich dazu jetzt was sage, will ich natürlich... Irgendwie cool auch, dass man da unten was einstecken kann, jetzt rein von der Funktionalität. Mich interessieren, wie gefällt euch diese Hose? Eins, wild. Ja, zwei ist so mittel. Und drei ist wack. Echt, es gibt nur drei, dann sage ich zwei. Schaut mal kurz in den Chat hier an der Stelle. Ah, sehr, sehr, sehr viele Einsen. Vereinzelt mal eine zwei dabei. Ich will euch gar nicht hier irgendwie, ja, kleinreden. Aber keine drei. Das freut mich doch schon. Ja, das ist... Gönner-Chat bei ihm. Das ist eine ADR-Pants. Freunde, neue Kollektionen von M&M. Eins, absolut wild. Zwei, ja, drei, komplett wack. Eins, es ist... Wie, wie ich circa wack genau... Ich kann es nicht mal sagen. Wack. Genauso gesagt habe, wie, wie machen. Ein Sample. Jetzt mittlerweile schon das zweite Sample. Aber sie ist noch nicht... Eins, 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 eins. Uh, Bro. Entscheide dich. Du machst einmal... Du machst alle Zahlen. Okay, okay. Eins bis zwei. Eins, zwei, eins, 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 zwei, eins, 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 zwei, eins, 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 eins. Hundertprozentig so, wie ich es gerne hätte. Ein, zwei Kleinigkeiten sind noch nicht on point. Weswegen ich die nicht confirm kann. Wisst ihr, wie ich meine? Die wird so, wie ihr jetzt seht, nicht rauskommen. Es werden auf jeden Fall noch ein paar Änderungen gemacht. In was für eine Richtung. Seid mal dahingestellt. Ich meine, ich könnte sie euch jetzt auch zeigen. Ist doch arsch aufwendig zu machen mit den nochmal Extrataschen auf zwei in eins angelehnt. Ja, safe. Also, diese Hose ist erstens aufwendig und zweitens im Unkehrschluss auch sehr, sehr kostenspielig. Ja, aber guck mal, das meinte ich damit. Diese Hose, die Idee kam, dann will ich lieber diese Hose machen. Dann ist sie halt ein bisschen teurer. So. Dann ist sie halt teurer. So, was soll ich euch machen? Was soll ich denn sagen? Aber es ist genau die Hose, wie ich es gerne hätte. Nicht irgendwie so, ja, ich habe jetzt was im Kopf, aber nee, lass mal nicht machen. Weil, so, ich muss jetzt eine Hose für 60 Euro anbieten. Oh, das ist nicht mein Vibe. Deswegen, ich will lieber eine Hose machen, eine Jeans machen, die mir hundertprozentig gefällt. Und dann mal gucken, wo wir landen. Ich kann euch preislich nichts sagen. Kenn ich, kenn ich. Auch bei der Jeans konnte ich lange nicht sagen, wo wir da landen werden. Heute weiß ich es. 1, 3, 7. Ich preislich nichts sagen. Sie wird nicht 200, 300 Euro kosten, aber sie wird auch nicht 60, 70, 80 Euro kosten. Mal gucken, wo wir landen werden. Wir versuchen, so fair wie möglich. So fair wie möglich. Das ist jetzt die Hose. Wie gesagt, das ist ein zweites Sample. Eins hatten wir schon. Wir haben als Basis einmal eine ganz normale Jeans, die gewaschen wurde. Und darüber noch in einer helleren Waschung eine zweite. Finde ich cool, dass sich dieses Muster auch hier wiederholt. Jeans. Die ist auch doppelt genäht, ne? Also das ist tatsächlich, also hinten. 100% auf Gallery Department angelehnt. Deswegen eskaliert er auch so. Aber wieso ist die auf Gallery Department angelehnt? Nur weil da was Neues draufgenäht wurde? Hat Gallery Department jetzt das Patent dafür, aus einer Hose mit anderen Stoffen eine neue Hose zu machen? Will ich nicht sagen. Das ist auch wirklich noch die andere Hose. Also es ist nicht so, dass wir hier an, ja, also das hier so rausgehen. Vor allem Murder Bravado zum Beispiel oder diese ganzen Jeans, die Aschra von Justin jetzt gekauft haben. Das sind doch alles umgearbeitete Jeans. Das ist doch, I don't know. Das ist, als würde man jetzt bei mir sagen, dass man eine fahnenartige, einen fahnenartigen Banner nicht verwenden dürfte, weil Chrome Hearts das macht. So, I don't know. Da würde ich noch eher sagen, dass es bei mir gerechtfertigt wäre, zu sagen, das ist Chrome Hearts, weil wir als Schriftart, also weil wir als Banner etwas fahnenartiges genommen haben, als bei ihm zu sagen, ja, es ist auf Gallery Department angelehnt, weil ein weiterer Stoff verwendet wurde. Also fühle ich, fühle ich nicht die Aussage. ... gedingst haben, sondern es ist tatsächlich draufgenäht. Mit diesen Elementen, ja, dieses Distressed, dieser Distressed Look. Unten haben wir dann auch nochmal von diesem Teil ein Stück rangemacht. Wir haben den Bund, den Saumen aufgemacht. Das fühle ich da unten. Nice. Vor allem, weil ihr seht hier, dass der Stoff bis da nach unten geht und trotzdem nochmal diese Waschung drinnen hat und das dann umgefalten wurde. Das finde ich cool. ... macht auch nochmal Distressed hinten Distressing am Start. Cool. Ähm, ja, das ist so der Vibe von dieser Hose. Sie gefällt mir schon sehr gut. Vielleicht ein paar Sachen, die, damit ihr wisst, in was für eine Richtung das geht. Sie wird noch dahin abgeändert, dass dieses Ding hier, ja, dass das da so locker weghängt. Ja, doch, I don't know. Diese vordere Applikation, die ist mir zu weit unten. Die wird ein bisschen höher versetzt. Ich denke mal so bis zum, ja, so 1, 2, 3 Zentimeter höher. Und wird minimal länger gemacht, weil, wenn man steht, dann wirkt das ein bisschen kleiner. Also dann wirkt das zu klein in Relation zu dem Rest. Das wird geändert. Dann wird geändert hinten. Und das meine ich, mit so Kleinigkeiten, das müsste ich nicht machen. Und natürlich ist das für uns auch in der Produktion... Bro, sicher musst du es machen, wenn du es fühlst. ... schon teurer. Aber, fuck it. Hinten werden wir eine Tasche... Auch wenn es teurer in der Produktion ist, dann wird es halt einfach teurer verkauft und fertig. ... Tasche machen. Wieder aus diesem, also aus der zweiten Hose. Die dann quasi hinten... Aber mir fehlt auch unten einfach, wo die zweite Hose drangenäht wird, der Gucci-Gürtel. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, das muss noch verendet werden, sondern sonst ist es einfach Todeswack. Auch mal hier drauf genäht wird, versetzt. Ja, dass du quasi hier noch so ein Pocket hast, auf dem Pocket. Und dann in demselben Stil wie das hier. Ja, also, dass ich hier... Cool wäre... Nein, wäre nicht cool. Wenn die Pockets hinten auch in dem Stoff wären. Nein, wäre nicht cool. Das wäre so auf Cowboy angelehnt. Hier auch wieder mit den Fransen so am Start ist. Wird hier eine zweite Tasche. Ja, aber teurer verkaufen, Risiko, muss ja nicht alles Soldat gehen. So mache ich mein Geschäft, indem ich teurere Produkte verkaufe als alle anderen. Also, von dem her würde ich nichts sagen. Kommt, nur eine, keine zweite. Ja, damit das so ein bisschen, ja, asymmetrisch ist. Was auch noch kommt, ist ein Branding. Lasst euch mal überraschen. Es wird noch irgendwo ein Branding, in was für einer Form auch unter. Ja, ob das ein Print wird oder ein Stick wird oder ein Bleaching vielleicht. Ein Bleaching wäre cool. Immer geben. Was auch noch absolut, ja, und das ist eigentlich das Wichtigste, off ist bei dieser Hose, jetzt bei dem Sample, ist der Schnitt. Wir haben unten jetzt, glaube ich, eine Öffnung von 22 Zentimeter oder 23. Die wird... Eine Schwanzgröße. ...länger gemacht auf 25. Ja, damit wir auch schön die stackenden Vibes haben. Ähm, und die wird so einen minimalen Schlag kriegen. Also, wie... Fühle ich, fühle ich. Auch meine Hose hat einen Schlag, die rauskommt, fühle ich. Das werdet ihr eigentlich gar nicht merken, aber so... Okay, schade. Bei mir ist ein deutlicher Schlag drin. Von einem Zentimeter... Also, die Hose, die ich rausbringe, hat man so noch nie gesehen. Wird's wieder einige geben. Die breite Masse wird die Hose nicht feiern. Ich fühle es komplett. ...Meter oder so. Mal gucken, wie wir das lösen. Und, was mir auch noch nicht so gefällt, ist hier dieser Part. Ja, also, ihr seht ja hier diese... Ja, aber das wiederholt sich da unten. Ich finde es eigentlich ganz cool. Ja, diese Streifen. Ich weiß nicht, ob das kommt, wenn das mehr ist oder wenn es komplett weg ist. Na, so, so, so finde ich es gut. Müssen wir noch ein bisschen testen. Hier finde ich es sehr nice, aber hier weiß ich... Ja, doch. Gerade, weil es sich wiederholt. Das ist dann so, zwei gleiche Hosen, aber so, wenn die zweite Hose nur das hätte, ist es so. Ja, da hat man halt die Resten von irgendeiner anderen Jeans noch draufgenäht. Und so merkt man, es ist eine Einheit. Finde ich so besser. Ich muss noch mal ein bisschen nicer kommen, um ehrlich zu sein. Ach ja, und was ich auch noch überlegt habe, aber da könnt ihr mir jetzt Feedback geben. Ich hatte überlegt, vielleicht hier diese Naht aufzumachen. Innen oder außen, könnte man sich überlegen. Aber, weil die ja so einen leichten Minischlag hat, wäre es too much, Bro. ...da kriegt. Weiß ich nicht, ob das kommt. Na, das ist dann too much. Dann steigst du drauf und so. Dann habe ich mir jetzt gedacht, dass man in dieser Optik... Ja, stellt euch mal vor, so einen Streifen... ...so einen Streifen, sagen wir, weiß ich, 10 Zentimeter. So einen länglichen Streifen. Doppelt so dick wie mein Daumen. Ja, sagen wir so, dieses Stück. Unten noch ein Niederschlag. Okay, das... Okay, okay. Könnte man dann aber bei meiner Hose auch sagen. Aber wir haben einfach die Cargo-Pants-Vibes weiter gestrickt. Die wir beim letzten Mal schon gemacht haben mit diesem Farbenspieler schwarz. Und, äh, washed. Und da führt sich dieser Streifen. Wir machen die Jeans ähnlich, wie wir die Cargo-Pants gemacht haben. Nur völlig anderer Schnitt. Nimmt man hier... Also nimmt man noch zusätzlich und packt den hier noch so dran. Seitlich. Komplett seitlich dran. Über die Naht. Und das würde dann vielleicht, ja, bis zur Mitte, ja, ein bisschen mehr bis hier gehen. Und hier dann noch so einen Streifen dran. Damit man einfach nochmal dieses Element oder die, ja, das Konzept auch unten durchge... Finde ich cool, dass er begeistert ist, dass das im Vorhinein schon erklärt wird. Und dass er sich so ein bisschen Feedback holt von der Community. Geführt hat. Also quasi noch so einen Streifen hier. Aber prinzipiell, ich fühle es mir, also, finde ich nice, dass er das macht. Kenne ich zur Genüge. Ich bin ja klassisch der Typ, der immer raus hat, bevor was gemacht ist. Sollte ich mich selbst bei der Nase nehmen. Aber ich finde es auch cool, wenn man die Sachen einfach macht, ohne groß nachzufragen, wie es ankommt. Weil ich bringe viele Dinge raus, wo ich ganz genau weiß, das kommt fix nicht gut an. Aber ich will das einfach machen. Weil ich fühle es und ich freue mich, wenn es Leute gibt, die das dann auch fühlen. So die ersten Ideen. Und ich habe vielleicht auch überlegt, was auch nice wäre, ist vielleicht so ein Dreieck zu machen. Also nur hinten dann. Dass man vielleicht so ein Dreieck nach unten macht. Und dann mit dem Patch auf Gallery Department angelernt. Bro, wo ist diese Hose auf Gallery Department? Oh. Angelehnt. Zeig mir eine Hose von Department Gallery, die so aussieht. Zeig mal bitte. Null Department Gallery Vibes. Null. Da wäre ich, äh, außer Rand und Band. Naja, Freunde. Das ist momentan so der Vibe von der Hose. Wichtig an der Stelle, wenn ihr Bescheid wissen wollt, wann die natürlich... Also, wenn ich die jetzt irgendwo sehen würde, I don't know. Aber er hat mich gecatcht mit seiner Euphorie dafür. Beleas wird. Ganz wichtige Nummer. Ja, wir haben gerade mein... Ja, auf dem Bild sieht es auch wirklich nice aus. Also, jetzt nichts, was man so auf meinem Insta sehen würde. Aber zu ihm passt sie perfekt. Ein, äh, Account gesehen. Aber ADR hat natürlich auch einen eigenen. Ja, könnt ihr sehr gerne ein Follow dalassen. Spaß beim... Ich warte immer noch auf meine Kappe, Bro. Solltest du das Video sehen. Leute, was sagt ihr? Ich habe jetzt leider nicht so hundertprozentig den Chat miterleben können. Ich hoffe, ihr seid damit auch d'accord, dass wir sagen, hey, lieber All-In gehen. Und dann, weiß ich nicht, ein Produkt haben, was zu hundertprozentig stimmig ist. Anstatt da irgendwie wieder so eine komische Kompromisslösung, die dann nichts Halbes und nichts Ganzes ist. Ja, deswegen, das ist momentan das Ding, an dem wir arbeiten. Damit ihr wisst, dass wir nicht den ganzen Tag am Kicker spielen sind oder da... Ich stelle jemanden genauso vor, in der im Büro. Chillen, sondern, dass wir da versuchen, nice stuff rauszubringen. Die Fransen sind ein bisschen too much, in my honest opinion. Bro, die Fransen, ich liebe die Fransen. Das ist das, was mir am besten gefällt. Guckt euch mal die Fransen hier an. Bro, das ist insane für mich. Also, dass die Produktion das so hingekriegt hat, hat mich eiskalt überrascht. Das war genau so in meinem Kopf und die haben das einfach genau so hingekriegt. Das war eigentlich da der Punkt, wo ich am meisten so, boah, Kopfschmerzen erwartet habe. So, sag ich euch ganz ehrlich. Hilft Kelly bei den Designs mit? Ja, er gibt natürlich safe sein Senf auch dazu. Kelly war aber kein so großer Fan von der Pants. Okay, okay. Um ehrlich zu sein. Er hat die zwar schon gefühlt so... Finde ich cool, dass er das so sagt, so ganz ehrlich. Aber war jetzt nicht sein Lieblingsprodukt aus der Kollektion. Das wird, by the way, Part oder Teil der nächsten Kollektion sein, ne? Ah, scheiß drauf, die hole ich mal. Wichtig an der Stelle. Wie verhalten? Er hat mich komplett überzeugt. Am Anfang war ich so, ja, aber jetzt. Drum ist es auch wichtig. Ich lese immer wieder, es ist so unnötig, über die Kollektion zu sprechen und zu erklären, was man sich dabei gedacht hat. Aber er ist gerade für mich wieder das beste Beispiel dafür, dass wenn man was fühlt, wenn man sich über was Gedanken gemacht hat, wenn man wo Begeisterung und Euphorie reingesteckt hat, dass man da logischerweise auch darüber spricht und erklärt, wie man sich was gedacht hat. Ich finde das cool, für seine Sachen einstehen. Na, okay, dann bin ich, dann heißt es, ein Künstler, der seine Kunst erklären muss, bla bla, okay, von mir aus, aber das ist der Weg, den ich gehe und gerade da merke ich wieder die Bestätigung. Ich habe die Hose, wo ich sie einfach so gesehen habe, nicht gefüllt, aber wo er drüber gesprochen hat, ich bin begeistert und ich habe jetzt Bock, mir die zu holen. Halten sich die Fransen beim Waschen? Bro, ich habe die jetzt noch nicht gewaschen, deswegen kann ich es nicht sagen, aber Fransen, also was soll da jetzt großartig passieren? Das ist eine Jeans, die Fransen werden vielleicht länger, dann kannst du sie abschneiden, aber die werden jetzt nicht irgendwie verloren gehen und kriegt ja immer neue Fransen. Hat er schon auf die Bewertung seiner Kollektion durch Patrick Spector reagiert? Ist das Video schon online? So, weil, das ist ja wirklich, das ist ja wirklich, ähm. Ich finde die Fransen cool. Ja, abgetrennt, so dass, wenn man dran, wenn ich jetzt dran zielen würde, ja, dann, ihr hört's? Nein, hört's vielleicht doch nicht. Aber guck, dann habe ich auf einmal so ein Ding in der Hand. So, jetzt habe ich sie kaputt gemacht. Dumm. Aber das ist halt das Konzept, das ist halt so dieser Rework-Style. Fällt mir sehr gut. Sehen dann beim Drop alle Pans gleich aus oder sind die alle individuell? Werden, naja, die Fäden sind natürlich unterschiedlich. Alle ziemlich identisch aussehen, natürlich kann man ja sich garantieren, dass jede Pans dieselbe Fransen hat. Weißt du, wie ich meine? Das ist alles Handarbeit. Das ist alles letztendlich. Kam gestern in seinem Livestream. Ja, aber das wird dann vermutlich erst am Samstag online gehen. Ich unikate. Natürlich kommt's dann so zu leichten Abweichungen, aber das ist jetzt nichts Gravierendes. Kommt die noch in anderen Colorways? Freunde, bis jetzt nicht geplant. Größen sag ich auch noch was zu. Die wird es in SML XL geben. Ja, ich würde eher zu Buntbreiten raten, tatsächlich. Würde ich eher. Also werde ich safe machen bei der neuen Kollektion. Das war mir eine Lehre. Mit den Cargo-Pants, das war mir eine Lehre. Ich würde bei so Jogger und so weiter, da kannst du solche Sachen machen, aber bei Jeans, Buntbreiten. Wer, also, auch Aschraf hat bei der letzten Kollektion SML XL und ich habe extra Aschraf geschrieben, Bro, Buntbreiten vielleicht besser. Auf jeden Fall Buntbreiten. Wobei XL eine 36 entspricht. S ist 30, M ist 2. Dann mach gleich Buntbreiten, Bro. 31L ist 34. Mach, wie du willst, aber ich glaube, Buntbreiten sind besser. XL ist 36. Wir überlegen noch vielleicht eine XS zu machen für die 28er unter euch, aber mal schauen. Ist noch nichts beschlossenes. No front. Für die 28er unter euch. Sache. Für die 31er unter euch. Bringen wir keine Hose raus. Noch nichts beschlossen. Ist noch nichts beschlossenes. So, mal gucken. Mal gucken. So, genug. Ich habe, ey, allein, dass ich euch das gezeigt habe, durfte ich euch eigentlich nicht zeigen, ne? Ich bin, ich sage euch ehrlich. Wer sagt dir, dass du das nicht zeigen darfst? Ich, sowas zeige ich euch eigentlich ungerne, weil ich möchte euch komplette Endprodukte zeigen. So, jetzt habt ihr das gesehen. Und da sitzt einer, der eine Pre-Drop-Vorstellung macht. Tagt mir komplett, wie unterschiedlich die Herangehensweise ist. Und vielleicht ändern wir jetzt noch was dran und dann muss ich wieder anhören, warum hast du es geändert? Vorher war viel krasser. Ach so, ja, das ist bei uns jetzt fix. Also, so wie ich es vorgestellt habe, so kommt es. Ich meine, und dann lasse ich mir da so in meinen Quark reinreden und das mache ich sehr, sehr ungerne. Aber ich habe euch auch versprochen, euch so ein bisschen hinter die Kulissen mitzunehmen. Ehre mit 97 Viewers am Hosten und auch vielleicht Sachen mit euch besprechen. Und there we go. Ich bin sehr gespannt. Okay, okay. Ja, cooles Video. Ganz viel Glück an Patrick Spector. Gib Gas, hast es dir verdient.